Musik Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Husem Aouar. Da zieht er ab. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Husem Aouar. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auch... Den spielt er gut und jetzt wird's... Klasse! Und er trifft! Drüber, Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in die... Husem Aouar. Den hält er super! Sieht gefährlich aus. Der Ball geht ins Tor aus. Das war knapp. Macht er gut! Gefährliche Szene. Barcelona kann er erhöhen. Zwei Tore liegt man jetzt vorne nach diesem Treffer. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf, das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Husem Aouar. Der passt! Stark gemacht! Den Ball will er nicht hergeben. Gute Aktion vom Kieper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt. Klasse Chance jetzt! Sie machen das Tor. Immerhin sieht das Ergebnis jetzt etwas freundlicher aus. Timo Werner am Ball. Flanke jetzt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wunderschöne. Wunderschöne. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020